hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu do not feed the monkeys meine club einstufung ist drei magister der primatologie ich habe tag 11 erreicht wieder fünf tage bis zur nächsten schuf wir brauchen 25 kameras und die vermitteln kommen ich komme gerade von meinem job als nachtwächter und es lief gut wir haben das jetzt in den news ich habe es mir gedacht erlebt captain melissa rush noch nach dem sonderbericht von shock tv behauptet die regierung dass es sich um den bildern um eine schlechte fälschung handelt die familie der astronautin hat die plattform bringt den captain heim gegründet grausames massaker ich hab's verpasst ich wollte ja eigentlich so müde wäre exemplar dieser art die früher als ausgeschoben worden enthauptet auf der mülldeponie von barrett county gefunden naturschutzverbände sprechen von einer wahren agilie wollte das aufnehmen heute rabatt auf was obst okay wir gehen runde zum zum bäcker zum lebens mit land die kopf führt und wie viel uhr ist käfig 14 normalerweise leer ja weiß ich nicht noch nicht und das hier ist alles gut käfig 14 testen das bitte ja hier wow auch in drei hohen hirsche haut sind auch hier so eier nörder das irgendwie und so was ganz wertvolles kippen es scheint mir alles sehr vertraut aber gleichzeitig erschreckend fremd ich nehme es mal wieder auf plötzlich war ein heftiges gewitter rein und die menschen rennschutz zu suchen melissa rush wir haben eine telefonnummer von ihr bringt den captain heim ok wir müssen anrufen meine nachbarn bohren was sag ich dazu er hat seinen hut mitgenommen ob ich den nachbarn hört ihr das hört ihr das ob ich den meinen bohrer mal leihen soll ich habe mir letzte woche einen bosch bohrhammer gekauft ich hatte auch eine schlagbohrmaschine und ich habe auch so gebohrt wie mein nachbar ja der hat jetzt bestimmt ein 6 mm loch gebohrt was 4 cm tief ist und kotzt weil sein bohrer glüht und ich habe mir einen bohrhammer gekauft weil ich keinen bock mehr drauf hatte und noch woanders auch so 10 mm und 7 cm muss ich tief bohren in stahlbeton und mit dem bohrhammer total geil warum habe ich das nicht schon früher gemacht ja das einfach nur ranhalten loch drin fertig auch könnte ich meinen nachbarn hier mal ausleihen gut ich habe hunger so die dame geht sagt 14 45 können wir schon beantworten aber ich fühlte doch geklaut wird wird doch aber die hat hier so ein gemälde davor hier anrufen geheimtür hallo hier ist was willst du nein ich spreche mit niemanden ja ich bin fast fertig wirklich wir müssen leise sein weil ich eigentlich meine hausaufgaben machen soll ähm melissa rush hallo el ich möchte über melissa rush sprechen du willst über mama reden bist du deine bist du einer ihrer freunde wusstest du dass sie in allen zeitungen war lillian versteckt wie damit ich mir keine hoffnung mache aber ich habe die bilder alle im internet gesehen ich bin mir sicher dass mama ganz bald nach hause kommt oh ich habe doch gesagt dass wir leise sprechen müssen woher kommt woher kennst du meine mama denn na du wirst schon sehen nein die lirian bitte lass mich das ist ein freund von mama bitte bitte hallo lillian rush melissas ehefrau lillian okay melissas ehefrau ich weiß nicht wer sie sind oder warum sie anrufen aber wir befinden uns im moment in einer sehr heiklen situation die polizei sagt wir sollen keine anrufe entgegen in einem moment bitte wenn sie uns helfen möchten gehen sie auf die website bringt den captain heim vielen dank ich lass dich nicht ans telefon das thema ist erledigt alter alter rush melissa wird bestimmt auch als männlicher und als weiblicher ach guck mal hier aus den sternen astronomie okay die dame ist zurück ich muss gucken wie wahrscheinlich hier den kronleuchter ziehen oder sowas ja aber wie geht es denn weiter also wenn er das bringt nichts ich habe dir gesagt dass ich mich wieder melde unsere reise nach barry county war sehr erfolgreich oh heiliger darwin diese schönen dreiharnirsche anmutige tiere es war eine herrliche darwinistische nacht hast du darwinistische nacht gesagt ja auf der einen seite der lichtung diese prächtigen geschöpfe mit ihren geweihen auf der anderen seite zwölf männer bewaffnet mit gewehren und zielfernrohrern es war ein epischer kampf ums überleben natürlich natürliche selektion im rheinform schade dass wir wild nicht mögen das ganze fleisch wegwerfen mussten ein guter cognac und eine zigarre schmeckt uns eben besser und wir haben ihre köpfe sicher gelagert nochmal vielen dank für deine hilfe wir haben dir etwas besonderes geschickt jetzt zeichnen unsere dankbarkeit wird mein zweihgeschätzter freund des überlebens des stärkeren kneter oder was hört ihr das wie der bohrt ich kann das mal nachmachen das ist so das ist eine schlagbohrmaschine die eben nur so doll bohren kann wie man selber gegendrückt und ich bin ja so ein Hemphling ich wiege ja nur 60 Kilo wenn ich auf einer leiter stehe und irgendwo oben quer irgendwo reindrückt ich kriege da vielleicht 10 Kilo drauf deswegen geht es nicht voran ich gehe shoppen aber mit einem Bohrhammer BÄM nur einmal ran halten wir müssen mehr gesunde Sachen essen vielleicht doch mal einen Joghurt mitbringen oder so so, aber meine zarten zerbrechlichen ja, schluchzt mir was also lauf und sag deinen Eltern dass sie mir mehr Bargeld zu bringen haben what wenn du verrätst worüber wir zwei gesprochen shit hier ist noch mehr zu tun die alte ist ein Gangsterboss und ich habe nicht gesehen wie der Typ hier was hier passiert ist der ist jetzt los im Regen da kriegt eine Tüte mit Geld la 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 mäp 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 hallo meine lieben maler meine Eier was malarmee Eier schmatzer Bussi hi 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 ja 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 am am Kronneuchter ziehen war klar nicht Kronleuchter am Kerzending hallo meine Schätze meine geliebte Familie wie geht es dir her Banknotenbündel oh komm lass mich da klingen gucken was passiert ah sie macht sich wieder nur nackig also nicht nackig sondern umziehen verdammt aber was hat es jetzt gebracht den Typen mit Hut losgehen zu lassen so die Oma so ruckelt denn das hier auf einmal so das Spiel äh die App wenn Monkey Vision 2.1 ruckelt sollte ich ein Update ziehen auf 2.2 vielleicht so dass die Stabilität erhöhen hm also also Vater Radio Sennan da kommen wir nicht weiter Stress Regenschirm Regenschirm herstellende Industrie kurz vor dem Bankrott Mützenstress ja das hat man schon gesehen kann man hier nichts drauf drücken versteckt das safe nein Notenbündel heil dem Gelde die Vereinigung der Bankbesitzer zeigt dem Steuerzahler seine Dankbarkeit ich demos ad vobis die Website wurde zum Gedenken an den ersten Jahrestag der Rettung der großen Nationalbank eröffnet Schätze Geheimtür Geheimtür versteckt das safe nein Bandmodenbündel versteckt das safe nein ähm da müssen wir noch mal gucken morgen also was die Alte spricht ha what uh aufnahme sehr gut wenn es nach ihm geht kann es bald losgehen what Dämon der Kleine kann es kaum erwarten mit seinem Vater zu kuscheln what ich kann es gar nicht glauben dass wir bald eine kleine Familie sein werden ich bin so glücklich mein Schatz ich auch unser Kleiner wird glücklich gesund und stark ganz bestimmt haben die schon jemals gequatscht nachts und sonst dachte man immer dass der Mann ich glaube ich gehe besser es ist spät und du solltest dich ausruhen nur noch drei Tage bis zu deinem Stichtag sobald das Baby da ist werden wir ein neues Leben beginnen weit weg von hier du kommst mich morgen besuchen nicht wahr ich verspreche es ich würde unseren Termin für nichts auf der Welt verpassen bis morgen sie schläft wieder krasser Scheiß aber ich kann es nicht aufnehmen Dämon okay man schaut jetzt gibt es noch Spezialisten die sich auf die Jagd oder auf die Vernichtung von Manifestationen dämonischer Macht spezialisiert haben Spezialist Dämon Spezialist na Vater Dämon Nein Familiendämon Ihr Vater Parente eine psychische Störung die durch einen übertriebenen Wunsch nach Kindern und Gründung einer Familie gekennzeichnet diese Besessenheit Vater oder Mutter zu werden hat ihren Ursprung typischerweise den Wunsch der Betroffenen in ihrem Leben einen Sinn zu geben oder dient dazu emotionale Probleme oder schwierige Situationen zu verdecken die mit einem hohen Maß muss ein Stress einhergehen aha wo ist denn irgendein Moment wieso haben wir die Besessenheit nicht drin er nimmt die Besessenheit nicht auf Dämon Besessenheit die suchen Regenschirm Dämon nee hätte mich auch gewundert Dinosaurier ich kaufe mal noch hier zwei damit wir müssen ja oder und dann gucken wir noch nach Jobs bin zwar ein bisschen müde Mitarbeiter einer Suppenküche nee nee Schlangenplatzreservierer das ist geil viel Freizeit viel Geduld mach ich frag mich nee ich hab gerade an die Gamescom gedacht aber die machen digitale Warteschlange man wird dann per SMS benachrichtigt wenn man vorne dran ist finde ich cool das ist eine gute Sache ganz schön müde 7 Uhr ähm ich ähm pfff ich leg mich nochmal hin aber nicht so lange nur drei Stunden so Tag 12 soll ich das jetzt machen ich meine jetzt sind 16 Minuten rum in dem Video gestern war es ein bisschen länger der Tag hat länger gedauert heute vielleicht ein bisschen kürzer machen wir das so dann sage ich danke fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat wieder mal Daumen hoch und ja bis zur nächsten Folge Tschüss